Cause we're gonna be legends We're gonna get their attention Ach ja, hier geht's zum Geheimgang runter Wollte ich jetzt aber nicht Ich wollte nur gucken Wo kann man nochmal gucken Welche Quest wir machen gerade Oh, ich weiß nicht nur Ehrlich gesagt gar nix mehr Geh zum Marshall in die Widerstandsbasis Ja, dann waren wir auf dem richtigen Weg Und runter Und ab zum lieben Marshall Mathers Oh, es ist ein bisschen lange her Dass ich das wieder zocke Weil zwischendurch hab ich so andere Sachen Durchprobiert und Versucht Er ist noch hier am Computer am Boden operiert Der Käpt'n hat's dir bereits gesagt Es ist immens wichtig für uns Die Daten deines ID-Drives auszulesen Aber auf ein paar Sektoren kann ich Mit meinem Decoder nicht zugreifen Dazu muss ich zwei Decoder parallel laufen lassen Ja Und da kommst du ins Spiel Ja Der Käpt'n hat einen Kontakt im Norden Er hat gehört, dass im Jekyll Canyon Eine Arche aufgetaucht sein soll Wenn die Überlebenden der Arche Auf die Jekylls gestoßen sind Waren sie schon schnell tot Aber die Jekylls haben die Arche bestimmt nicht zerstört Das heißt, dass du den Decoder suchen und herbringen kannst Ja Also, du musst zum Jekyll Canyon fahren Die Arche finden, falls sie dort ist Und den Decoder holen Der Käpt'n hat gehört, dass eine Arche im Jekyll-Tal aufgetaucht sein soll Wenn die Überlebenden der Arche auf die Jekylls gestoßen sind Waren sie schnell tot Doch der Decoder der Arche muss noch intakt sein Es ist gefährlich, aber du musst den Norden zum Jekyll Canyon fahren Die Arche finden und den Decoder holen Bring mir den Decoder, dann kann ich die verlorenen Sektoren auf deine ID auslesen Okay Die Jekylls sind ein gefährlicher Haufen Banditen Pass auf dich auf Ja So, Marshall Ja Für den Widerstand ist es wichtig, die Daten auf deinem ID-Drive freizuschalten Jedes Drive enthält einen Teil des Puzzles Das Art kann es mit der richtigen Ausrüstung entschlüsseln Noch was? Ja, bei dem war ich schon Ja, toll Bei dir was noch, Portman Danke 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 No what? Nee Nee Die Alte will schon auch noch irgendwie wat Bäh Öh, das stinkt doch wie scheiße War das los? Ich habe mich nach der Zusammenarbeit mit General Cross in der alten Stadt dem Widerstand angeschlossen Ja Das musste ich, als ich erkannte, dass wir mithilfe der Nanotriten die Mutanten schützen könnten Und meinen Forschungsergebnissen zufolge können die Nanotriten neu programmiert werden und subneurologische Grundfunktionen übernehmen Auf diese Weise könnten wir den Mutationsprozess umkehren Ah Captain Marshall hat mir erlaubt, hier ein Labor einzurichten, um meine Tests durchzuführen Ah, wat Ist aber nett Noch wat? Ja, äh, dann war es das wohl Also wieder zurück und Dann Monarch gesucht Ich finde heraus, ob Stucky um seinen Monarch fahren will Ach, so ein Autorennen Was ist das hier? Bricks Belohnung, schalte für Bricks Banditinfahrzeuge aus Also das ist ja das in der Bar, denke ich mal, war das Dann Äh, Sally's Belohnung, pass auf, ich gebe dir einen guten Rat Das ist aber auch in der Bar, hä? Äh, ich erwarte eine Lieferung, da kann ich keine Nahrgabsstraße brauchen Wer darf denn über die Schnapslieferanz gestaffen, die Petitik ist Geld Und Ist auch Bar, sind beides Bar Ach, okay, ja, dann Ist ja easy peasy, ne? Und nachgesucht Ne, den machen wir nicht Wir machen, finden den Jackal Kenyan Machen wir es jetzt? So Verlassen Dann killen wir erst noch ein paar Banditen Ich dachte, der hat gerade so ein komisches Geräusch gemacht, aber Dem war wohl nicht so So, dann sind wir wieder hier oben in der Garage Das ist immer so schnell Das ist immer so schnell Ich muss mal irgendwas Die Mausempfälligkeit gleich ein bisschen Unter Äh, Schwierigkeitsgrad war normal So So, äh Brauche ich mir noch irgendwie Munition? Kann man das hier immer nochmal fest sein? Die Munition wir haben Die Munition wir haben Haben wir noch Kohle? Was sieht man denn die Kohle? Da, ne Da 88 Ich glaube, der kommt noch ein bisschen Munition, wa? Ach, warte mal, warte mal, warte mal Hier oben war doch irgendwie was, dass ich aufpassen muss, oder? Jo Äh, dann müssen wir hier lang Hoch, hoch Ach, hallo Oh Oh, Gott, Gott, warte Oh, jei, jei, jei Vincent Was ist das denn hier, du kleiner Bub? Hier, wir spielen noch Gitarre Warum haust du ne Maske auf? Ähm, ja Äh, wo ist hier die Die war doch hier irgendwo Ne Was ist denn die alte? Da Ja. Einmal im Pott. Moin. Das glaub ich dir sofort. So. Wir brauchen auf jeden Fall was das? Mini-Kanone. Da haben wir genug von. Haben wir diese Raketen noch? Haben wir auch. Äh. Was brauchen wir nicht? MG-Munition. So. Ein bisschen mit. Ist das? Fühlt sich auch nicht verkehrt an. Ansonst die Schrot brauchen wir nicht. Armbrust. Elektrobolzen. So. Ist mir immer ein Vergnügen, Süßer. Mir auch, Süßer. Hey, wie bist du denn? Die haben wir noch gar nicht gesehen. Alison. Ist ja da was am Laufen hier bei Ihnen. Ich wollte euch nicht stören. In dem Sinne. Äh. Spring ich hier mal runter. Spring ich hier mal runter. Spring ich hier nicht runter. Auch, sondern hier wieder zurück. Wo ich hergekommen bin. Glaube ich hier. Ne. Ich habe das letztendlich ein bisschen hinten ran gehängt. Weil ich, äh. Viele andere Sachen probiert habe. Ohne anderen irgendwie. Spring. Ne. Tune verlassen. Hä? Den. Wirtland. Äh. Was habe ich denn gemacht? Äh. Unter anderem, äh. LX habe ich angefangen. Äh. Schon lange bin ich mehr gezockt, weil. Ich weiß nicht. Im Spiel komme ich einfach nicht weiter. Das ist so. Wie wie. Bin ich immer komplett dumm in dem Ding. In dem Game. Oder. Ich mache alles falsch, was man falsch machen kann. Habe ich auch eine Karte? Habe ich auch eine Punkte lang, ne? Was denn? Es gibt doch noch einen Bug. Ach, einen Bug habe ich gerade aktiviert, ne? Moin. Ach, scheiße. Jo, geil. Ja. Wie kann ich denn? Ja. Schau, du. Hä? Ja, ja. Wer hat den längeren Atem? Show. Das wäre der Erste. Nee, ist nur noch mehr mit Raketen. Das geht ein bisschen fix. Was war hier schon? Äh. Oh. Hä? Hä? Ja, und jetzt? Ja, aufsteigen. Äh. Ja. Ja. Einladen sieht anders aus, ne? Ja. Äh. Boah, der Himmel sieht so krass aus, ne? Ey, Mann, 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 ey. Richtig geil gemacht. So, boah, egal. Äh. Das ist mal ein Schluck Energy. Dann rein, ne? Äh. Äh. Oh, die sind ja auch nicht so freundlich aus, die Gesellen, wa? Hä? Ach. Hä? Hab ich jetzt gemacht? Elektrobolzen? Hä? Achso. Ach, Zeberducken. Oh, nee. Ich hoffe, das werde ich noch... Nee, das werde ich nicht so schnell vergessen, ey. Vögel oben. Äh. Jo, den, äh, hier haben wir mal so einen, äh, Elektrobolzen in den Ardels. 2. Schrei nicht so rum. Alter, jetzt. Das klingt ja auch so eine komische Sprache, wa? Ist hier los, Mann. Komm, ich komm jetzt öffkes hier um die Ecke. Ja, komm. Ja. Ja, moin! Okahito? Ja, komm her. Oh, gut, dass die so wenig aushalten. Was? Was? Denn. Hä? Hui! Ey, 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 ganz ruhig, ey. Kein Grund, sauer, hier zu werden. Mann, was ist denn? Das war scharf, wenn sie die wäre, ne? Halt doch mal die Schnauze da. Ja, klar, ach, der hat sich, der da oben, der hat sich auch weggedreht, ey. Äh, ne, den nicht. Äh, das war's schon. Oh, die, äh... Oh, die, äh... Oha! Ach, scheiße. Was soll dat denn? Stürmen! Was ist hier los? Was passiert hier? Was geht hier? Ne, ich hab eh Hügel gedrückt. Hallo. Halt doch mal, du Schnauze, Alter. Ach, das ist ein Schrot. Ja, cool, die können mich hier gar nicht treffen. Der hat sehr dumm gebaut, ey. Muss ich... Oh, der eine war... Das höre auf, man. Hier. Schnauze da. Wer liegt denn noch da? Da, irgendwo? Da. Kommt ihr dahin, da! Doch, wer? Was ist denn los mit euch? Doch, einer? Wo denn? Hä? Was denn? Ja, hü? Ja, wat? Hä? Check ihn nicht. Wo ist hier denn jetzt denn? Tum auf, hier alle rumzuschreien. Ich hab doch selber keinen Plan, wo ich grad bin. Hier. Der Scheiße. Oh, Gott, hast du mich verjagt. Hier. Direkt. Ne? Oh, leck. Halt doch mal die Schnauze da. Ah, hier. Oh, hier. Die Schnauze da. Ach, scheiße. Ja, moin. Was ist denn für Dinger? Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Äh, ja. Jetzt hat doch mal die Schu... Oh, hier er schon wieder. So. Ja, klar. Halt dir die Brust fest, Junge. Alles easy, ne? Ist der nächste schon wieder. Ja, Renor weg. So bisschen übertreibend tun die auch wohl, ne? Guck mal her. Guck mal, guck mal. Oha. Ich bin so verrückt, Junge. Was ist denn los mit dir? Kommt da gleich hin, Mann. Hm. Guck mal her, hier. Mit Tannen rumschmeißen. Schmeiß ich auch noch mit deinem Schwerter drum. Ich... Das macht schon lange mal. Oh Gott. Na ja, hier. Euer eigener Falle. Na, komm ja. What's? Idiot. Das ist alles? Komische Hornbach-Achse oder was? Das wird durchkommen, diese verrückten... skrill. äh äh jetzt war ich ein bisschen verwirrt, was war das jetzt und warum ist ein tausend teile explodiert wo muss ich jetzt hier hin ach hier da, da muss ich hin wat ey ey mit der pistole, mach ich nicht fertig, Junge ja glaub ich brauch da so mal nen Verband wie aktivier ich die nur nochmal scheiße scheiße äh warte mal einen Moment, ja bisschen mal eben gucken, wie man die nochmal so äh aktiviert ne ey cool hä will sie wechselt mh hä, was ist das, was macht der jetzt ein Moment, bitte Mann, das gibt's doch nicht, wo ist das denn gewesen vorwärts gehen äh springen ducken blub schießen äh bla 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 maschinengewehr schnellzugriff schnellzugriff ne, das ist wachseln quickslot f1 ja, hab ich doch gemacht quickslot f1 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 oder habe ich volles Leben war das unlängst nicht das Leben gerade ein bisschen verwirrt ey egal wollen wir diese komischen Huga Huga Typen nicht so lange warten lassen oder Noranda sag mal oh Pferdo so oh das war knapp ey wie viele Seiten denn ey Jo hopp ey rückwärts kam ei aber knapp ich komm gleich zurück ich glaub äh wir segnen gleich das zeitliche äh ja genau ma 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 so so fängt dir doch gleich den Arsch du Arsch das ist ein Rackenwerfer? Junge was ist der denn da unten ist er scheiße äh was mach ich hier na ich lauf mal hier lang äh graben nein lass mich nicht oh helfe was mach ich denn lulu 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 helfe weißt du nicht gar ist ja nicht schlecht dieses kumoschieblose gedöhnt was hat doch mal die Schnauze mit einem hebolala ist ja keiner geben mach mal hier die Schilette sauber mach mal hier ne Fresse ey jetzt mach mal das nachladen lalalala ich geb den lalalala scheiße ja genug Munition hm Warte mal, die Schnauze da. Moin! Lass uns tanzen. Konzentration. Was soll schon hier im Fahrstuhl passieren? Hier sind wir sicher. Was? Wird geredet. Wo bagger. Wer redet denn da? Wer redet denn da? Wird die mitgespringt? Mit die Luft gespringt? Gold. Oh Gott, ging mir auf den Sack mit dem Gelaber, Alter. Da ist es. Wie viele das hier sind, ne? Oh, Moin! Was ist das? Puls Schuss. Mann, auch scheiße. Mann, auch scheiße. Gehen wir mal den Hund so vollziehen. Hallo! Und jetzt läufst du hier lang, man kann nix mit hier machen. Schaff' mich doch nicht so, Mann! Schaff' mich doch nicht so, Mann! Wo kommst du denn schon wieder her, ey? Ist erstmal genug hier? Tifi aufgeladen, ja, schön. Boah, sag mal. Ich treff den nicht. Da muss ich aber stürmen, was? Moin! Zimmerreinigung. Hier an der Anrufen. Das ist auch schön, ne? Sofa und direkt die Wand davor. Ach, super. Oh, Alter, dieses krunge Schreie geht mir tierisch auf Eier. Ja, ja, ja. Boah, sag mal. Axt in hier. Hey, ich muss doch mal mit der Achse durch den Raum hauen. Gehst du die jetzt von mir. Mann, geh doch weg da. Ey, ich muss doch mal einmal den Typen getötet haben und die ganze Zeit sind die Scheiße gelabert. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Schön nachläuft. Fäuste braucht man nicht nachladen. So, aber, okay. Sturmangriff. Hier geht's noch weiter. Oh, ganz schön groß. Kannst du hier nur speichern, wa? Was ist das denn, Alter? Ich will nicht erzählen, dass dieses dicke Ding nur auf diesen zwei Stelzen da, äh, steht. Sprung halt doch, Mann. Hä? Ui, wo kommst du denn her? Sag mal. Wo fliegen die denn hin? Wo machen die denn nix? Ach, ich muss einfach runter... Ah, okay. Soll ich einfach runtergehen?